Musik Ich bin heute sehr zufrieden, ich bin glücklich, weil es mit dem Impfen auch bei uns losgeht. Richtig zufrieden bin ich aber erst, wenn wir auch sagen können, zwei Drittel der Menschen sind in Europa geimpft. Das ist noch ein langer Weg, aber heute ist der erste Schritt. Musik 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 Musik